Jörg Schmadtke hatte sich ja eigentlich nach seinem Engagement bei Wolfsburg im vergangenen Sommer in den Ruhestand begeben. Nun gibt es aber extrem wilde Gerüchte um ihn, denn so soll er wohl der neue Sportdirektor bei Liverpool werden, was auf jeden Fall eine richtig krasse Sensation wäre, weil das kommt jetzt einfach relativ aus dem Nichts. Zu ihm muss man sagen, er hat eine extrem erfolgreiche Karriere als Sportdirektor bzw. Geschäftsführer Sport, wo er immer wieder starke Transfers getätigt hat. Zunächst war er bei Alemannia Aachen, die er zum einen in die Bundesliga geführt hat, aber auch durch den Einzug ins Pokalfinale europäisch gespielt hat und das Ganze hat sich eben bei allen Klubs, wo er war, durchgezogen. So hat er ebenfalls mit Hannover sogar zweimal europäisch gespielt, mit Köln und eben mit Wolfsburg auch mehrmals, wo er natürlich auch mehr finanzielle Möglichkeiten hatte zuletzt und das wird auch so ein bisschen die Frage sein. Das waren jetzt alles deutsche Klubs, die eher im Mittelfeld, vielleicht ein bisschen höher, je nachdem wo er war, anzusiedeln sind. Liverpool, wenn es wirklich so weit kommen sollte, ist ein absoluter Top-Klub und da ist natürlich die Frage, inwiefern er sich da anpassen kann und mit viel mehr Geld umgehen kann und mit viel größeren Stars, die man dort verpflichten müsste. Denn es steht ja eben auch ein richtig großer Umbruch im Sommer an. Das Mittelfeld muss neu saniert werden, da sind einfach große Probleme und es ist die größte Baustelle eigentlich. Also da hätte er auf jeden Fall eine riesengroße Aufgabe vor sich. Des Weiteren ist natürlich ungewiss, inwiefern er erfolgreich im Ausland arbeiten kann, war bisher nur in Deutschland tätig. Aber ein Grund, der für den 59-Jährigen sprechen würde, ist eine Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp, denn die wissen sich auf jeden Fall zu schätzen. So sagte Klopp nämlich, als Schmadtke in den Ruhestand übergegangen ist, dass er gerne mal mit ihm zusammengearbeitet hätte und sich sicher gewesen wäre, dass es gut gepasst hätte. Er sagte unter anderem, dass Schmadtke dem Fußball fehlen werde, aber genau das könnte sich jetzt wohl ändern, denn es ist tatsächlich sehr konkret, was die Gerüchte angeht und eine Zusammenarbeit mit Klopp wäre auf jeden Fall sehr interessant. Sie wissen sich zwar zu schätzen, von daher könnte man meinen, dass es gut funktioniert. Allerdings ist Schmadtke neben seiner guten Arbeit als Sportdirektor, guten Transfers und so weiter, schon auch dafür bekannt, dass er recht selten ein gutes Verhältnis zu seinen Trainern pflegte und so oft der Trainer dann daran glauben musste und nach recht kurzer Amtszeit oft den Verein verlassen hat. Mal schauen, ob es mit Klopp besser klappen wird. Falls nicht, ist dann natürlich die Frage, wer stärker ist. Eigentlich sollte es Klopp sein, solange wie er dort ist. Aber mal schauen, wird auf jeden Fall interessant, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte. Und das also soweit meine Einschätzung zu dem Ganzen. Lasst mich gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!